Guck mal, ich bin da! Jetzt bin ich weg! Kuckuck! 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 Ja! Ich hätte gerne einen O-Saft! Moment, kommt sofort! Nehmen Sie hier Platz! Ich bin detektiv! Oh! Ich spring drauf! Hoi! Herr German Let's Play, würden Sie das bitte nur ein Jahr versuchen zu schonen? Setzen Sie einfach auf den Tisch, das passt! Ja, okay! Ich serviere jetzt den O-Saft! Ah! Sie haben ja gar keinen Durst! Oh! 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 Ah! Holly! Was denn? Was macht der denn da? Ja, ja, warum guckst du immer verdächtigt den Detektiv an? Ich beschütze, ich beschütze unser Lokal! Ich bin neidisch! Ich habe gerade Schüsse gehört! Oh, das hielt auf mich! Wo ist Zombie eigentlich? Ich bin überall Holly! Mein Detektivsinn sagt, das ist Holly! Das ist ihr Getränk! Ja, klar! Was hast du für Beweis gemacht? Ich dachte, das wäre der Stütz zum Setzen! Holly hat unser Fenster kaputt gemacht! Nein, das war hier! Jetzt geht's aber los hier! Wer ist denn? Bist du das, Klaas? Ich mach die Fenster kaputt! Klaas, bist du Detective? Ah ja! Ne, ich wollte nur wissen, ob du Detective bist! Guck mal, hier ist ganz viel Gras! Na, Maudato, warte, warte! Oh, Mechaniker! Wär auch noch frei! Oh, ne, Alter! Geht nicht wieder da rein! Das ist nicht gut! Ja, stimmt! Warte, dann bin ich jetzt Mechaniker! Das ist Zombie, okay! Oh, oder Maudato, guck mal! Bauarbeiter! Stein auf Stein! Stein auf Stein! Hier ist Bier! Ich hab feines Bier gefunden! Ah! Oh, ich bring dir das Auto! Wer weißige Maudarbeiter sehen, der muss zu Maudan! Oh Gott! Na, du, geht! Der wurde schon wieder geschossen! Stein auf Stein! Ich hab nicht geschossen! Stein auf Stein! Stein auf Stein! Oh, da hat einer geschossen! Ja, irgendwie von hinten gerade! Oh, nein! Oh, Melone! Ey, ist es, Mann! Manu, ist es! Ich bin's gar nicht! Shit! Manu, Mannu, 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 Alter! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Das ist lächerlich! Oh, shit! Oh, da ist er! Marvin! Oh! Da ist er! Da ist eine Selbstschussanlage! Ach, Manu, einen Schuss hättest du drin lassen können! Ja! Äh, also ist der andere Holly? Wer lebt jetzt noch? Ja, ich sag doch, Holly ist es! Der hat mich so verdächtig angeguckt! Der saß so verdächtig hinter dem Auto und hat nur auf Manu geguckt! Der hat mich so verdächtig! Und er steht genau da, wo er saß, steht jetzt ein Selbstschussgerät! Warte, ich mach's mal kaputt! Hinter dir! Hinter dir! Oh, gut! Lüge! Lüge! Ah! Uh! Alter, das ist ein krasser Feuerkampf hier! Alter, ich dachte, du erzählst scheiße! Hinter dir, hinter dir! Ich dachte, das kann gar nicht sein! Und dann ist es auf einmal echt hinter ihm! Hattest du dich hinter dem Auto unten versteckt? Ne, der hat sich hinter der Theke versteckt! Ne, der hat sich hinter der Theke versteckt! Ne, hinter der Theke da! Und dann bin ich hinter dir aufgetraut! Aber ich hab dich noch voll mit der Schrot getroffen, bevor du gestorben bist! Ja, das kam wohl nicht an! Als du mir entgegen gehst! Ach, Holly! Ich hab gar nichts gesehen! Ich war einfach... Das war easy, oder? Ja, das war richtig easy! Ich hab dich ein bisschen angeschossen! Ach danke! Nice! Du kamst einfach entgegen geflogen mit ein bisschen Blut! Ja, trotzdem kannst du dann vorbeischießen, Mann! Ne, ne, das ist dann... Wollen wir jetzt mal alle was zusammen machen! Ne, ne, das ist dann auffällig! Anstatt jetzt hier vereinzelte Gruppen zu bilden! Ja, ihr bildet da immer ne Gruppe! Ja, genau! Du bildest ja auch ne Gruppe! Ne! Die Felder bilden immer Gruppen, das hasse ich! Du bildest die GLP.TV Gruppe ganz alleine! Du hast ja keine anderen Mitglieder! Ist so! Also, ich hab mich immer rausgehalten! Ich hab direkt, Holly, in den ersten 5 Sekunden hab ich den enttarnt! Ja, dann erschießt den einfach! Alter! Ja, ich kann ja nix dafür, dass... Ich muss zum Radio, weil's niemand ausmacht! Oh, den Jacka-Jesus! Läuft verdächtig, bevor die Runde anfängt! Da ist es geworden! So, Leute! Jetzt spielen wir jetzt schon mal ein ganz anderes Spiel! Ey! Zombie hat auch... Zombie hat grad den Deals angeschossen! Oh, ey! Zombie, er schießt alle! Guck mal die Leiche! Guck mal in die Leichen rein, Klaus! Ja, Udi, guck mal! Ich bin Detective! Ja, deswegen! Geh da jetzt rein oder ich töd dich! Guck dir jetzt nach! Egal! Oder ich töd dich jetzt! Guck rein! Ich bin der Traitor! Okay! Okay! Also entweder... Es ist Holly! Nein! Äh, warte! Warte, Holly! Ich schieß Odin ab, weil er mich sonst abschießt! Ich bin innocent! Ja, ich auch! Du würdest nicht auf mich schießen, wenn du nicht... Hahaha! Hahaha! Was? Holly, ich riech das! Ja, Osavt sucht mich gerade! Okay, du darfst mich stunnen! Ich komm zu dir! Alter! Was machst du da, Osavt? Ich mach nix! Oh Gott, ein Auto, was nicht dreht! Hahaha! Osavt! Der hinter mir steht! Komm mir! Ja, Leute! Osavt schießt auf mich! Osavt ist es! Osavt ist es! Osavt! Nein! Ey! Ja, geh auf Osavt, Klaus! Okay, wo ist er denn? Ich baue dir gleich ein Klaus! Oh Gott! Ich baue dir gleich ein Klaus! Baue mir ein Haus! Ich hab ein Klaus! Ein bunter bunten Klaus! Ein bunter bunten Klaus! Ach scheiße! Warte Klaus! Nicht, 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 nicht! Ein Äffchen und ein Pferd! Den klaue ich dort zum Fenster raus! Ich hab ein Haar weg! Komm mal her! Komm mit! Ich bin hinter dir! Ja komm mit! Ein Äffchen und ein Pferd! Und jeder der uns mag, wird unser 1x1 beschert! Ja, aber wie lange dann geht das? 1x3 macht Klaus! Ich hab ein Radar und das wird jetzt gleich... Als ob, Alter! Nein! Ich kann nicht zielen, ich muss lachen! Ja! Ich hab außerdem meine Waffe gewechselt, Alter! Warum gibst du mir denn keine Rückendeckung? Keine Ahnung! Ich dachte, dass er von daher kommt! Ich komm da gerade gut! Keine Panik! Ich hab ein Radar! Ich bin einfach gegen ihn gelaufen, weil ich ihn nicht gesehen hab, weil es so dunkel war! Ach so! Ach Rubs, da steht einer! Ich schieß mal rein! Olli, es tut mir leid! Das ging das sehr schön zum Beispiel, muss ich sagen! Das gefällt mir! Hä, was? Aber deine Waffe hat mich so angelächelt! Die Unfall! Ja! Das war sehr verdächtig! Ich hasse das, wenn sie das tut, ey! Wir machen erstmal das Faster in der Ecke kaputt! Warte! So, zack! Oh, ich bin... Ne, geh da raus! Du bist Traitor! Das ist verbotene Zone! Ich bin der Detective! Es crude! Es crude! Wer ist Detective? Krude! Ja, Krude ist das! Achtung, Holly! Ich bin Krude! Ah, was? Krude! Bitte nimm die Waffe aus der Hand! Nimm mal weiter die Waffe aus der Hand! Ihr macht mich echt nervös! Darf ich das in der Hand haben? Das ist doch kein Umgangstod! Ach, Mann! Ja, das ist in Ordnung! Warte! Guten Tag! Darf ich hier reinkommen? Nur ohne Waffe! Er wirft ne Granate rein! Ich hab nichts gemacht! Nur ne Waffe! Zack! Granate! Nein, das war von drinnen! Du siehst doch das! Ah, da ist noch einer drin! Ich bin überall nicht sicher! Okay, okay! Hier ist waffenfreie Zone! Okay! Ich hoffe es halten sich alle dran! So, jetzt! Hier! Dann wünsche ich euch schlechte Weihnachten! Hier, will einer den Knopf drängen? Ich bin eh nur! Oh, da hat jemand reingesnipet, glaube ich! Oh! Ich hab gegen die Wand geschossen von außen! Das war ne Pistole, Maudado! War das aber schlechter sein? Das war ich! Das war ich! Mh! Okay! Alter, ist hier ne Disse! Ja, Maudado! Hier! Warte! Das ist mein Hammer! Hoi, ich bin Enner! Aber da ist Holly, da ist Holly! Hallo! Ach ja, ohne Waffe! Vergessen! Jetzt komm rein und du drüßt die Waffe! Nein! Aber die Crowbar zählt auch als Waffe! Nein! Die Crowbar ist ein Streiche! Das ist der Streitschlichter! Loll! Hinter dir, hinter dir! Äh, ja! Klaus ist Eno! Klaus ist Eno! Wir stürmen jetzt nach draußen und töten alle, die draußen sind! Ich bin eben draußen, aber wer ist noch draußen? Hä?! Also Klaus, Klaus ist es nicht! Ich hab nix gemacht, nix gemacht! Ja, ich komm rein! Lass mich vor, lass mich vor, lass mich vor! Ich mach das! Lass mich vor, lass mich vor, lass mich vor! Da, Holly! Holly ist es! Na klar! Als ob ich das bin! Ey, hör auf! Wird es nicht! Du hast gerade da reingeschossen! Ja, weil Odem rausgeschossen hat! Ich hab nicht geschossen! Ah! Hilfe! Untersuch mal die Leiche bitte! Okay! Ja genau! Untersuch die Leiche! Ich schieß nicht! Untersuch die Leiche! Weil du auf mich geschossen hast! Untersuch die Leiche hier! Usav? Hier vorne! Ich schieß nicht! Okay, ich untersuch sie! Warte mal kurz! Usav, pass auf! Ich hab die Tür gemacht! Ich hab die Tür gemacht! Stell dich mal hier hin! Ich hab die Tür gemacht! Untersuch die! Warte, ich bewach die Tür! Okay! Okay! Untersuch die Leiche, Mann! Ich hab so ne richtig Kackwaffe! Untersuch mal meine Leiche zuerst, bitte! Ja, kein Ding mal! Ich bewache! Okay, okay, warte! Ich brauch ein bisschen! Ja, ja, chill! Okay, ich chill! Was machst du? Da ist vielleicht noch einer! Was ist denn los? Was ist denn los? Meine Traitor! Was ist denn los? Warte! So, warte! Holly war Traitor! Ich hab nen Traitor getötet! Okay! Ich hab nen Traitor getötet! Ich bin Enno! Hier ist glaub ich ne Fake Leiche! Nein, nein! Achso! Oh! Oh! Maudado! Maudado! Warum hast du auf mich geschossen, Maudado? Ey, ohne Mist! Maudado, wie geistig verwirrt bist du? Ich geh in einen Raum rein, da ist ganz eindeutig Holly, er tötet mich und du machst gar nichts! Hä? Du lässt dich dann sogar noch weiter anballern! Ich hab auf ihn geschossen! Nein, hast du nicht! Du bist erstmal reingegangen! Hä? Ich hab auf ihm geschossen mit so ner richtig komischen Waffe! Man hat nicht mal gemerkt, dass sie schießt! Nein, 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 Mann! So ner Beauty! Maudado hat reagiert! Nachdem Holly dich erschossen hat, ist Maudado zu mir gekommen und hat mich erschossen! Ah ja, nice, nice! Obwohl du von Holly angegriffen wurdest! Ja! Keine Logik! Ich war verwirrt von diesem komischen Ich-heile-mich-Sound! Okay, bitte lass Maudado nie mehr Dingens werden, Detective! Ich hab doch gewonnen, Maudado! Ja, irgendwie haben alle geschrien, denn meinten alle töten sie alle Leute draußen, hab ich mich einfach auf dem Dach versteckt und gewartet! Komm schon, komm schon! Traitor, 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 Traitor! Nein! Meine Hut! Ja, Traitor! Ja, ich auch! Die Traitor's have been selected! Oh, 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 oh! Okay! Holly, gib mir was! Gib mir was! Gib mir was! Oh Gott! Was soll ich dir geben, Mann? Ähh, Melon-Launcher! Ja, warte! Melon-Launcher! Au! Gib mir Melon-Launcher! Ich hab gar nichts, Mann! Gib mir jetzt Melon-Launcher! Doch, du kriegst das Beste, was es gibt! Gib ihm jetzt! Alter! Was bedeutet das rote Tee? Jetzt geh ich zu Manu! Wie funktioniert das? Wie glaub ich im HP? Links-Kick oder rechts-Kick? Hilfe! Hilfe! Alter, kann man jemand die Musik bitte ausmachen? Ja, bitte! Ja, wieso geht denn keiner hin? Ja, ne ich geh nicht zu dir! Ich hab meine einen Auffassung von Detective! Na 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 na! Nee! Ich hab da was bekommen! Nee, ich hab's schon gehört! Hey Odin! Was machst du da? Holly! Ich will dein HP! Ich beobachte! Ich komm zu dir! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Ich hab ihn getötet! Ich hab ihn getötet! Ich hab mich jetzt nur gewehrt! Oh Gott! Oh Gott! Warte! Oh Gott! Hilfe! Sieh, ich werd vom Trader gekillt! Hilfe! Die sind überall! Haben, 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 das war ich. Warte, oder war ich das? Ja, Shotgun, hast du auch noch Shotgun? Oh man. Hast du die Punkte? Hier oben ist noch einer, hier oben ist noch einer. Sommer hol dir seine Punkte. Warte, lass mich vor. Achso, das ist der. Hä, ist das für eine komische Waffe gewesen? Keine Ahnung, hab ich selbst zusammengebastelt. Ja, Alter! Du willst dich da einfach angreifen? Ja ne, du darfst dich einmal saugen. Ja genau, Manu. Random kill. Manu, du kannst dich einfach wie ein Random killen. Wieso, aber habt ihr mich eigentlich angegriffen? Ja, ich hab voll gut gelogen, ne? Sommi, du hast gedacht, da oben ist wirklich einer, hä? Ja, aber aus Dummheit eigentlich, weil ich eigentlich wusste, dass du es bist, deswegen bin ich dir ja gefolgt. Achso. Ursprünglich. Achso, natürlich. Na klar.